So, jetzt kommen wir zum MDAX. Es ist Freitagabend 18.37 Uhr, MDAX ist fertig. Ich habe den offiziellen Schlusskurs bei 25.117,57. Ich weiß jetzt nicht, wo der Kurs hierher kommt, 24.878. Das ist der Monatschart. Bevor ich da drauf eingehe, nochmal, ich hatte am 18.11. einen Film gemacht an MDAX und da weiche ich eigentlich auch kaum von ab. Das hier sind die MDAX-Gewinner auf Jahressicht. Rheinmetall ganz vorne. Ich kann es verstehen, wenn einer sagt, ich handel kein Rheinmetall, weil die stellen Waffen her und so weiter. Ja, aber nochmal, Börse und Moral, das passt nicht zusammen. Also die sind mit Abstand die größten Gewinner, aber auch eine ziemlich heftige Marktkapitalisierung. AX-Tron, ja, Commerzbank, finde ich weiter gut. Solange die Zinsen steigen, finde ich die Banken insgesamt recht gut. Lufthansa, auch wenn sie jetzt in den letzten drei, vier Tagen mal nachgegeben haben, ist für mich einer der most preferred Stocks fürs nächste Jahr. Mag ich sehr gerne, also Commerzbank und Lufthansa, aus den beiden halte ich mich raus, davon verstehe ich nichts. Und Hugo Boss auch. Hugo Boss jetzt 54,16. Also da sehe ich also auch eher den Weg nach oben. Dann haben wir die Verlierer. Die sind hier. Sixt. Muss ich ehrlich sagen, verstehe ich nicht. Also ich mag die Sixt. Das ist also auch einer der Werte, auf die ich auf jeden Fall schauen werde. Genau wie Puma. Viel verloren. Ja, also quasi halbiert. Trotzdem, das ist genau wie Adidas im DAX, ist das eine der Werte, auf die ich schaue. Dieses ganze Immobilienzeug. Da schaue ich mir es dann wieder an, wenn die Zinserhöhungen aufhören. Solange die Zinserhöhungen sind oder gemacht werden, gucke ich da überhaupt nicht drauf. HelloFresh. Na gut, da habe ich also auch diverse Filme zu gemacht. Ist überhaupt nicht mein Ding. Also ob jetzt die 20, sie wurden neulich mal wieder zum Kauf empfohlen, die 20 da jetzt wirklich die Marge ist, wo sie mal drehen, weiß ich nicht. Also ich habe auch keine Probleme, die bei 12 oder 13 vorzustellen. Die Leute, die ich kenne, bemängeln, dass oftmals falsche Sachen geliefert werden oder zu wenig, was weiß ich, statt drei Lachsfilets nur zwei und so Geschichten. Und dann, ja, man erreicht über E-Mail irgendwelche Helpdesks, aber dann kriegt man auch nur einen finanziellen Ausgleich. Aber es ist natürlich blöd, wenn man dann gestern gesagt hat, sorry, wir müssen uns jetzt hier die bestellten drei Filets, die aber gelieferten zwei Filets, die müssen wir uns teilen. Das ist natürlich auch doof, muss ich schon sagen. Ich habe es nicht. Ich warte ja darauf, dass die irgendwann mal für den Single-Haushalt was machen. Wenn die das machen, dann gehen sie steil. Aber das, wahrscheinlich ist das zu teuer. Aber das sind so die Werte. Dann, das wollte ich auch nicht zeigen. Ich bin nach wie vor, wie ich gerade eben Six gesagt habe. Das ist ein Chart von Scalable. Ich bin nach wie vor bei Scalable. Ich bin sehr, sehr zufrieden. Ich habe dazu mal einen Film gemacht vor einem halben Jahr, wie Scalable läuft. Ich finde das nach wie vor Weltklasse, insbesondere in den Derivaten. Ich bin nicht so zufrieden mit den Executions für die Aktien. Das liegt aber nicht an Scalable, das liegt an GEDEX. Also so die 40 DAX-Werte und die ersten 20 MDAX-Werte, das ist fein. Aber danach wird es schwierig. Die Spreads sind größer. Da kriegt man nicht das Volumen, was man haben will. Das ist dämlich. Aber Scalable hat jetzt eins gemacht. Das finde ich recht cool. Die haben, also das ist jetzt hier Sixed. Da sieht man den Kurs. Da kann man Sparblein einrichten und alles. Dann sieht man 86, 33, Letztbezahlte. So, dann kann man hier sich ein paar Chaos aussuchen oder was auch immer, Faktors. So, dann haben die jetzt hier die Kennzahlen. Ich weiß nicht, wann diese Kennzahlen immer abgedatet werden. Keine Ahnung. Kann ich nicht sagen. Ich gucke da auch nicht so drauf. Ich bin ja mehr technischer Analyst. Aber, und da will ich darauf hin, Analystenbewertungen. Das durchschnittliche Kursziel der Aktie beträgt 132,60. Das entspricht einer möglichen Veränderung von 53,61% zum aktuellen Kurs. So gut ich diese Idee finde, auf einmal alle möglichen Analysten zu sehen, also hier sind es 10 oder 70% halt sagen kaufen, 20% halten, 10% verkaufen. Ihr wisst nicht und ich auch nicht, von wann diese Bewertungen sind. Und das kann ein halbes Jahr her sein, das kann ein Jahr her sein. Ich weiß auch nicht, wie oft das abgedatet wird. Ich finde die Idee grandios, muss ich ehrlich sagen. Ich finde sie ganz toll, auf die Schnelle das geschaut. Aber das kann, ich habe das also gerade neulich erlebt bei Tesla, das ist glaube ich 70% sind es positiv oder 60, ich weiß es nicht mehr. Also eine ganze Menge. Aber das heißt nichts. Interessant wird diese Liste, wenn wir meinetwegen, sagen wir mal, nächste Woche Mittwoch Zahlen hätten für Sixt. Dann kommen spätestens am Freitag alle möglichen Analysten rein. Deswegen empfehle ich, das hier nicht ganz so ernst zu nehmen, sondern zu warten, okay, wenn jetzt, sagen wir mal, nächste Woche Mittwoch Sixt Zahlen kämen, zu vergleichen, wie sich das verändert. Dann macht es wirklich Sinn. Aber ich habe keine Ahnung, ob hier die Analysen gemacht sind am 01.01.2022 oder am 01.03. oder am 01.05. Ich weiß nicht, wie alt die sind. Da gibt es andere Listen auch im Internet. Aktuelle Analysten, da steht der Name des Analysten dabei, da steht genau das Datum drin, wann die waren. Also das finde ich besser, aber grundsätzlich finde ich die Idee gar nicht schlecht. Und dann kann man dann dementsprechend gucken, was die hier an Überschuss haben. Aber nochmal, auch hier weiß ich nicht, wann die gemacht wurden. So, zum MDAX. Das ist der Monatschart. Ich möchte eigentlich gerne so eine, sagen wir mal, 6-Monats-Analyse hier reinstellen. Wir wissen alle nicht, wie das weitergeht in der Ukraine. Geht da jetzt Belarus mit rein oder nicht? Ich kann das überhaupt nicht sagen. Wir wissen auch nicht, was mit Taiwan passiert. Ich weiß, dass jetzt ab Januar werden wieder Chips geliefert. Das ist schon mal gut, zumindest für die Autoindustrie. Aber das können wir einfach nicht sagen. Das hier war Corona. Und jetzt muss ich mal schauen, wann war denn hier die Ukraine? Das ist irgendwo hier. Da, da. Also wenn ich den Monatschart sehe, das ist ja falsch, das war nicht hier, das ist ja 21. 20. Ich sollte mir echt mal die Brille wirklich aufziehen. Da sind wir dann hier. Das ist der Ukraine-Einmarsch. Ich habe hier zwei blaue Linien gemacht, gedashte Linien. Da gehe ich gleich nochmal näher drauf ein. Auf Monatssicht ist diese Linie für mich hier sehr, sehr wichtig. Jetzt musst du nochmal ein bisschen rausholen. Die kommt von hier hinten. Da sind wir also bei 2015. Hier waren wir drunter wieder rein, drunter wieder rein. Und das hier, wie gesagt, war das Corona-Low. Also, da haben wir auch das einzige Mal wirklich drunter geschlossen. Das ist nämlich auch, man sieht das hier, ich mache es mal ein bisschen größer, dass man das besser sieht. Auf drei. Das ist die 200-Monats-Linie. Und die liegt jetzt exakt mit diesem kleinen Doppelboden hier. Das ist bei 21.450. Die gedashte Linie kommt zusammen mit dem unteren Band, mit der 200-Monats-Linie und mit dem Doppelboden. Das ist nach wie vor für mich also eine der Major Make-or-Break-Lines. Und auf die ist unbedingt zu achten. Hier oben drüber, und das hat nichts mit dem zu tun, diese Kerze ist falsch hier. Ich weiß nicht, was da passiert ist, weil auf Wochensicht und Tagessicht ist die richtig. Die ist falsch hier. Da war nicht das hoch. Aber sie liegt hier an. Sie kommt von hier hinten. Das ist für mich eine ganz wichtige Marke. Und da sind wir bei 28.419. Auf diese Dinger hier komme ich gleich drauf. Wir sind nach wie vor positiv über das MACD. Wir sind frisch positiv über die Stochastik. Ich mag den MDAX. Der MDAX hat in der Spitze verloren, also von hier hier runter, 41%. Und ist jetzt bei rund 30%, wenn ich den heutigen Schlusskurs nehme. 25.117. Also vom Monat her, muss ich sagen, finde ich es gut. Auch nochmal schön korrigiert, nochmal, diese Kerze ist so nicht richtig. Jetzt gehen wir mal auf die Woche. Von der Woche her ist es ein ganz klarer Downtrend, auch nach Dau, so zu definieren. Ich weise auf den Film vom 18.11. hin. Da habe ich es ein bisschen genauer beschrieben. Und wir haben jetzt hier so einen kleinen Deckel. Und dieser Deckel ist bei 26.000 bewundert. Daher kommt diese Pfeillinie. Mehrmals gesehen, einmal, zweimal, dreimal, kommt von hier hinten. Also das ist schon eine Marke, die man unbedingt im Hinterkopf verhalten sollte. 26.418 darüber hinaus. Also ich versuche, das dann einzuengen. Haben wir halt nur hier sogar die 200-Wochen-Linie, die sich mit dem oberen Punkt, mit der gedashten Linie da verbindet. Also diese Linie hier ist wirklich super wichtig, genauso wie die hier unten. Aber für das kurzfristigere Trading auf mehrere Wochen Sicht ist die 26.408 auch sehr wichtig. Wir sind oberhalb der 20-Wochen-Linie, finde ich okay. Von der Technik her ist über das MACD der Freund neutral leicht negativ. Ich kann also locker nochmal hier die 20-Wochen-Linie sehen bei 24.400, wo ist er denn? 24.400, na, 500. Wir sind von der Storastik her auf hohem Niveau neutral. Das ist für mich kein frisches Verkaufssignal. Das grenzt sich schon wieder ab. Das finde ich also nach wie vor in Ordnung. Jetzt gehen wir auf den Tag. Müssen wir mal gerade schauen, was ich hier in meinen Unterlagen noch herausgefunden habe. Ne. Da ist nichts Besonderes mehr. Die 200-Tage-Linie liegt also auch bei 26.646. Weiterhin fallend. Wir haben eine Seitwärtsphase nach diesem Anstieg. Das ist eine langgezogene Flagge. Also so würde ich das mal formulieren. Wir sind über die Technik her völlig neutral. Und auch hier die Storastik ist im 50er Bereich bei 44,01. Nach wie vor finde ich die, also erstmal diese Linien hier, 21.5 und hier oben die 28.5, finde ich nach wie vor sehr spannend. Und die innere Linie ist hier die 26.500. Und dann habe ich jetzt hier, ich habe es jetzt nicht eingezeichnet, das sind diese Kochs hier. Einmal, zweimal, dreimal, drüber, drunter, dran. Das ist die 24.230. Der, nochmal, der MDAX hat verloren in der Spitze 41 Prozent und liegt jetzt bei minus 30 Prozent. Er hat tolle Werte drin. Sixt, Lufthansa, Commerzbank, Kugoboss. Rheinmetall, ich kann jetzt schlecht sagen, ist ein toller Wert. Das kann ich so nicht formulieren. Da bist du auch warum. Aber ich finde, auf Sicht von sechs Monaten, und ich gehe nochmal zurück hier auf den Monatschart, rechne ich tendenziell eher mit einem Erreichen von der 28.500, als mit einem Runtergehen zu 21.654. Ich mag den. Er darf jetzt hier gerne nochmal ein bisschen atmen, aber ich mag den. Ich finde den okay, ich gehe nochmal auf den Tag. Ich finde den okay, und ich mag den. Ich glaube, dass der MDAX sich in den nächsten sechs Monaten besser entwickeln wird, als der DAX. Habe ich hier noch irgendwelche Listen, die ich zeigen wollte? Nö, das nicht. Also in diesem Sinne, das ist jetzt der MDAX. Das kommt morgen, am Samstag mache ich Nasdaq und Dow, und am Sonntag, nach dem Ausnüchtern, dann den DAX. Ich wünsche euch ein Happy Trading und fette Beute. Bye, bye.